Hallo Leute, herzlich willkommen. Ja, endlich bin ich wieder zurück. Nein, ich hatte jetzt sehr viel Strasse mit meinem PC und weil ich keinen Bock hatte mit Canthasia aufzunehmen, spiel ich eben ein Flash Game. Ja, genau. Mit dabei ist Simon und Mr.FillerLP. So, ShoppingCardHero. Geil, geile Spiel. Renn, du Jude. Und spring. Ich war schon nicht wie vorgehalten. Ja, 70 Meter. Jetzt verlaut. Rollen sie wieder zurück. Bäm. Das war lieblich. Ich mache jetzt 200. Das Game startet bei mir. Schlechter PC. Und spring. Und spring. Toc. Michael, das ist gut. Die Kappe kommt schon weg weg. Na klar, Alter, das wäre StoppingCardino. Guck mal. Oh fuck, es hat mich weitergedrückt. Na ja. Es werden jetzt öfters hier diese, wie heißen sie, Flash Games folgen. Vielleicht, ich nehme jetzt, das Spiel ist komplett auf. Ist lange. Ist so. Wie ich 15 Minuten durchgespielt. Einfach zu. Was ist das? Yeah. Du warst vor. Oh mein Gott. Ach so, ich schneide auf andere. Oh mein Gott, ich habe nicht mal 70 Meter beim ersten Sprung gehabt. Wie schlecht. Na, ich spring nur mal 22. Ich habe nichts. Ich habe nur 69 Grad. Ich habe schon Turbo alt. Junge, ich bin der Roboter. Ich bin der Roboter. Wow. Yay. Yeah, 70 Meter warm. Yay, 100. Mal 50. Schlecht mich. Halt's Maul. Junge, jetzt erst mal neue Reifen gezogen, Alter. Boah, bist du hart. Wie er in die Luft fliegen kann, als er mit dem Mic ausfahren, Alter. Oh. Ist nur aufgepunzt. Nehmen alle Upgrades. Aber, epic Sheeten. Wie, ich habe 700. So, wenn wir bis halb 10 morgens. Ich habe jetzt 100 Meter geschafft, jetzt kann ich das mal hin mit den billigen Einkaufswagen, Alter. Ich habe 150, wenn er jetzt... Du, Mr. Failer, bist voll leise, aber so, Tobi. Ja. Ich habe mal zwei Tobi, wenn du Bock hast. Ey, komm, ich will mich mal ein. Cheat. Ja, cheat. Ich habe einen gelohnt. Und meinen Einkaufswagen dran gebracht. Was ist da, Alter? Das ist für unmöglich so... Musst du mal ein wirkliches Leben machen. Okay, mich auch. Kaufland. Ich habe jetzt noch die Liste auf die verrückten Sachen, die wir machen, wenn wir erwachsen wollen. Aber ich bin erwachsen. Du bist erwachsen. Du bist älter als 10. Mach wenig rückwärts, Alter. Nein, nein, ich wurde eingefallen. Ich bin nicht alt gestorben. Ein paar Mädchen, der war zu lachen. Jetzt mal. Ah, mich ist gestorben. Also bitte einmal alle lachen. Okay? Gar kein Wort, scheiße. Goal. Ich bring gar kein Geld, aber egal. Ich kriege mich nicht auf die Frasse. Er ist nicht aufgestiegen, hallo. Naja, finde ich bei mir so kurz abgekackt. Sie haben mal zwei Rockets. Schlecht. 5000. Gehen wir nach Hause. Wir haben dann fast 200 Meter gepackt. Ich habe 4590 gemacht. Ich sollte mir vielleicht mal so, so, so. Wie nennt man die Charakter, diese Manikern, die da einsteigen? Oh, 200. 4. 4. 200. 1. 48, scheiße. Die Manikern. Ich verstehe dich nicht, Tobi. Du bist so leise. Huli, du bist krumm. Okay, wie nett, der hat jetzt gut sind. Das ist Huli, du bist wieder zu. Corona, 28 Meter. Oh. Wie, du schaffst auf einmal schon so weit, Junge. Ich bin manchmal bei 280. Ich bin immer 204. 43. Hey, Mann, ich komme gerade mal über 200. Über 200, Mann, genau. Also gerade eben. Aber ich komme jetzt über 200 Meter hoch. Ja, Mann, komm nie mit. Oh, bist du behindert. Ich habe irgendwie neben ihm kaufen. Würde mir nicht leisten, das, ne? Ich bin der Roboter, ne? Ich bin der Roboter, ne? Ich bin der Roboter, aber ich bin der Roboter. Wer ist der jetzt der Roboter? Ich bin der Roboter. Ich mag, Mr.Failer. Wie, wo bist du? Wie, ich hab nur 2000. Fuck. Ey, du bist eine wenig voll wenig Kerse, ey. Ja. Ja, mach rückwärtsseite, Alter, ganz bestimmt. Alter, Tobi macht sich scheiße aus. Weck den, Tobi! Lass mal das andere zocken, Dich, ja. Lass, ich hab mich das Spiel durchhaben. Ja? Ich hab mich das Spiel durchhaben. War ein Tobi, Alter. Da ist das andere. Ja. 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 Ja, warte kurz, Alter. Michel, du weißt genau, dass ich eh besser bin. Hm. Ich bin mit dem einen schon durch und ich hab die Kriegsaufschwung geschafft. Hm. Ich bin nicht leicht. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das war, Alter. Buß gekauft, einzurunden, dann rechtert. Ich mach' hoch. Okay, auf einmal, ich hab' jetzt schon 20% im Teil. Vorhin, in der Schule, Alter, 50%. Guck mal, ich fliege 300. 400. Ich glaub', Leute, das ist jetzt immer zerhinkt. Wer das Spiel spielen möchte, Link ist in der Beschreibung. Ich hab' noch einen Gruppen, mach' ich und dann noch eine Runde zu. Nein, ich bin der Roboter, ich bin der Roboter, okay. Wow, ist das, ey, das Gäste ist bei mir schon fertig geladen, das ist nicht egal. So, Leute. Was war für uns weiter zu wollen? So. So. War doch ganz lustig. Ja, so leise. So, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, hol rein.